Hallo, ich bin Florian. Ich bin Konstantin. Ich bin Daniel. Mein Name ist Sarah und ich bin Fahrerin bei der Westfalen AG. Ich fahre Propan, Flüssiggas, zu Kunden. Meistens sind das Privatkunden, aber auch Tankstellen und Firmen, die Flüssiggas brauchen. Uns ist das Fahren mehr eine Nebensache, sondern bei uns geht es darum, gerade beim Kunden die Tanks zu befüllen und die Abtanktechnik zu beherrschen. Sicherheit ist hier ein ganz hohes Standard. Unsere Fahrzeuge sind sehr gut ausgestattet, vor allen Dingen mit sicherheitsrelevanten Systemen, wie ein Abbiegerassistent oder auch ein Notbremsassistent, der uns als Fahrer unterstützt in kritischen Situationen. Wir haben hier mit Gefahrstoffen zu tun und Verantwortungsbewusstsein ist ein Muss. Man muss nicht Angst haben, man muss vor diesen Gefahrstoffen, die wir transportieren, ein bisschen Respekt haben. Ja, Westfalen unterscheidet von allen Unternehmen, besonders für die Kraftfahrer, die Familienfreundlichkeit. Ja, das Unterwegssein, dass man selbstständig arbeiten kann, dass man nicht den Chef immer am Nacken sitzen hat. Definitiv habe ich meinen Traumjob in Westfalen gefunden.